Also wir sind jetzt hier in Cidillis, ein wunderschöner kleiner Ort, wo wir gleich die Biker-Gang treffen werden auf einem Volksfest, was da drüben stattfindet. Ich habe noch keine Ahnung, wie sie aussehen oder wer sie sind, aber die machen gleich ein Konzert. Und ja, ich bin gespannt. Okay, guck mal, ist der mit dem Band am Schlagzeug. Ich denke mal, wir müssen uns erst mal das Konzert anschauen, dann kann ich gleich mit ihm reden. Das ist ein, einee, 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 einee. Mein Name ist Giann'Enrico, ich kenne mich alle Freunde. Giann'Enrico. Giann'Enrico. Ich bin Pia. Hi, Pia. Wir sind ein paar Freunde. Wir sind ein paar Freunde. Wir machen uns so ein bisschen ein Bier. Wir haben eine Baita in der Höhe von 1500 Metern. Bis zum nächsten Mal. Vieni con noi, andiamo su tutti insieme.